Die Condit ist für die Mediatics, für unseren speziellen Bereich des Projektgeschäftes im ambulanten Umfeld, die Veranstaltung des Jahres. Sie ist aber nicht nur eine Messe, sondern sie ist in ihrer Mischung aus Kongress, aus Networking und aus Industrieausstellung eine einzigartige Möglichkeit für unsere Mitarbeiter und für unsere Kunden, sich über die Trends im Markt zu informieren, Gesprächspartner in der Politik, in der Selbstverwaltung und in der Branche zu finden und ein komprimiertes Update über den Stand unserer Branche zu bekommen.